Und so, ich habe jetzt Klaas geholt, was machst du gerade? Jo, ich eier hier gerade ein bisschen Behinderten dagegen drum. Ach, du suchst nur irgendwelches Materialien für so Haus, glaube ich, oder? Jo. Ja, ich auch. Wir haben ein Treppenhaus. Weißt du, weil es ist ja das Haus der Treppe, also ein Treppenhaus. Äh, mhm. Das ist wirklich ein Treppenhaus. Nee, da darf ich nur ein Glocken. Wieder zwei, weil dann ist da oben so ein kleines Sichtfenster. Damit man ins Treppenhaus reinpuppen kann. Damit man auch nur oben reinkacken kann. Ja, aber so richtig, der wurde reinkackt. Oder so ein Glocken. Was, wie, du bist schon wieder raus? Ja, ja, das koppelt hier gerade zum Beispiel. Es ist wieder drin. Ja, ja. Luch. Hi, Luch. 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 Boah, Alter, ey, wenn ich mich dann irgendwann mal beschäftigen will, gehe ich die ganze Zeit rein und raus vom Server. Oh, nee. Ich, 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 Juhu, Regen. Mein ganzes Holz. Regenet, es regnet. Regenet, es regnet. Die Erde wird nackt. Das wäre eigentlich richtig geil. Oh, geil, ne? Ähm, wenn's, wenn, wenn's regnet, ist das Wasser. Wieso, ich, wieso kann ich nicht schlafen, ist doch nacht. Also, ich schaust drauf. Ähm, wenn der, ähm, Regen, also praktisch die was, wenn ich dann so fützen will, wenn größer fützen, die dann auch hier so praktisch jetzt hier runter laufen würden. Das wäre richtig, wenn, wenn, wenn man auch behindert, weil man dann alles zubauen muss. Hush, 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 Hush. Wie alt bist du mit deinem Haus? Hush, 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 Hush. Endstadium würde ich mal so tippen. Naja, aber ich muss eigentlich noch relativ viel bauen. Ich hab noch keine Decke und so. Muss man nicht die Wende richtig? Du hast ja gerade mal die Vorgere von. Tja. Die Vordachfront. Front. Front. Deshalb geht es schlecht halt so. Ja. Genau. Ähm. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wer ich... Ich mach mir noch Slabs fürs Dach. Und dann noch ein paar Träten, glaube ich. Ja. Weil es reicht... Ne, ich mach mir noch Tür. Und... Eine Platte. Ich müsste die Tür richtig reichen. Gut im Plan. Ja. Ja. Weißt du wie man Blumentipp gebaut? Ja. Ich glaub wie ein Eimer oder so aus Ton oder so. Muss ich mal gucken. Hm. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich hab' die auch noch mal zu zweiter... Ne, da geht aber wieder. Ah. Lack ist das Regen, ist schuld. Ja, genau. Regen, schuld. Den ich so cool finde. Ja, Regen. Ich bin der Tür. Cool. Find ich auch. Ich bin vor Wieden. Tag-Cy-Pick wie im letzten Part erwähnt. Echt? Ja, glaub schon. Weiß es. Auf jeden Fall für alle, die es nicht Wied bekommen haben, ich mach' ein Tag-Cy-Pick. Hihi. Jetzt hat's noch keinen Namen außer 1711 HD. Äh, haha. 1711 HD in vollkommen nicht HD. Doch. 64. 64. Ja, sie ist voll HD. Meine Kraft ist auch nicht HD. Wer nennt sie das hier HD, also? Da steht auch HD-Working dahinter. So, okay. Ja, der ist wahrscheinlich mit HD-Bild-Film-Working. Oh, ich bringe euch jetzt weiter in den Teil. Da wird der wie Sch профессien gespielt, in den Teil des Soldats. Ja, ich glaube, ich bin da echt richtig. Ich mach' den Ahnung jetzt mal. Ach, du brauchst diesen Lohn-Stock oder diese Lohn-Route oder so. Dann unten drunter. Der retirer ist so. Der kann ja... Scheiße. Ich mach wieder zu. Ach, es ist so, Hetzstein. Du hast da recht. Du nivalent, du nivalent. Du hast da doch 11. Jetzt muss ich hier hochbauen und da werden wir uns alles tun. Naja, Dach inbauen. Dach inbauen. Ich bin ein Dachbauer. Bauerei-Dach. Ja, das macht Sinn natürlich hier. Was machst du mir weg. Ich weiß irgendwie nicht. Ja, ich hole mir jetzt ein bisschen Pflasterstamm. Bin die Schwule. Ähm... erstmal site doch JAJAJAJAJA schau ich mir. dochse ein Stück 2, man bin nicht toll 2 sind ja toll das sollte doch plötzlich sein in manchen heroern das ist sau sinnvoll was du da grade machst ich glaube zu machen, so tue ich leer 2 IN THE iki die jeweils 16 für Darmstadt nur 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, dann wird es schneller Halt's Maul Bist du auch noch die Schilder im Lager machen? Ja, machen wir Nein, kein Geld Nein, nein Nein, was? Nein, keine Was? Hm... Dann bist du nicht Hobbylos? Ja Wo ist der Hobbylos gerade? Ja, ich weiß Eines, was ich mache, ist, baue ein... Behindertes Scheiß-Tal? Ja Wo ich später noch einen Weg zur Stadt führen werde Super Oh, finde ich auch Hm Dann bauen wir mal deinen Weg Der kommt erst später Hihihi, falsch auch Oh, der hat die Aua Halt die Aua, die Aua Mein Bruch, meine Mama gibt mir gar nichts aus da Halt die Klappe Ich weiß nicht, ich bin da nicht gewohnt Er wollte gerade das Mikro essen Das weiß ich nicht Der ist voll Bedo Bedo, ja Der ist so ein richtiger Bedo-Bär Bedo Ja Das dauert alles mal schon Hihi Und fällt es voll auf die Schmerzen Ich bin absichtlich Ich bin absichtlich Ich bin absichtlich, bin aber Weil ich sowieso aufheben musste War's fach Irgendwie guck ich gerade die ganze Zeit auf dein Bildschirm Ja, guck doch mal auf dein Da musst du dich nicht über meinen Lust haben Okay Wie weit bist du denn jetzt verlaschen? Mein Laptop ist aber zugeklappt Ich war gar nicht so aus Wäre er zugeklappt, dann wärst du gerade nicht mit mir auf dem Server Bin auf dem Server, ist mir zugeklappt Ich stehe jetzt so am Kanubik in der Ecke Ja, richtig Ja, richtig So ein hobbyloses Geschöpf, oder? Ja Das kann ich verstehen Naja, wie soll ich sonst mit einem Pedo kommunizieren? Ich schlage Aua Nicht wie so am letzten Part Aua Meine Schulter tut mir doch schon weh Okay, dann hab ich den Gegenkopf Oh, hab ich mein Schläge, ich hab grad wieder auf den Zädel Hii Ah Jungen, dann gibt's mir noch keine Backpfeife Haha So, das wird langsam zu scheiße Ah, meine Backpfeife Das wird langsam zu scheiße, oh Die Blümchen sind voll hässlich Ja, richtig dumm Komisch ist mir, das werden wir uns grad kloppen, der Typi noch gerade laufen kann Ja, ich weiß Haha Team Protection Du schlägst mich, ja, und nicht ich dich Gelle Mit meiner rechten Hand, die ich eigentlich immer ausführe Haha Aber jetzt wird Schmerz beholt Denn wir sind so super toll, denn wir sind so dumm wie ein Stück Stroh Was nicht Waren Miku hat Denn das ist ein Brot Haha, was für ein Reise Denn das ist ein Brot Tot Aaaaah Ich bin einfach nur so unverbesserlich Brot. Da kommt auch die unterbesserlichen Teil 2 raus. Und wie findet Ihr Skyfall den 9 James Bond? Wie findet Ihr Skyfall den 9 James Bond einfach in die Konimi schreiben. Would mich gerne mal interessieren, weil ich war noch nicht drin. Hast Du schon drin? Ja heile hier, ich bin voll der Inder hier. zu einem 99, glaube ich. Ja, klar. Ich glaube dein 30. Ur-Uronkel, der war in der... Ja, genau. Weil ich weiß nicht, ob es der 30. oder ein bisschen früher der 22. noch war. Weil das hat halt mein türkischer Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Groß-Urvater gesagt. Urvater? Der Urvater aller Menschen. Ich mach mir jetzt mal ein paar Treppen. Weil dann kann ich mir keiniges Dach weiterbauen. Ja, ja, ich mach hier auch mal ein bisschen Halskraft. Aha. Ich hab 6 F und 57 Kien. Ich hab hier einen langen Lego. Guck mal hier, wie viel Greck ich hab. Du kannst es? Kohle. Heizkohle. Ja, und ich will keine Holzkohle. Ich verbrenne immer nur Holz, weil es unweltschädlicher ist. Ja, ich verbrenne jetzt Holzkohle. Und dann machst du... Ey, du... Das macht's teile irgendwie. Ich hab doppelte Heizkosten. Gott. Was mach ich grad? Ey, was machst du da? Hab ich mir auch grad hier. Ich hab irgendwie grad so... Ey, was? ... die Schere aus. Und guck mal, nur Halsschere. Lollschere, genau. Da kannst du dir dann so die Haare schneiden. So ne Haarschere, Dings. Da muss man auch Wackeln machen, dann von der Holzkohle. Wie ich gerade eben, glaub ich, ich gemacht hab. Mhm. Mhm. Irgendwie sieht das lustig aus. Ja, richtig lustig. Es wird das dauernd im Grunde überall Stein verbrätzt. Echt? Nee. Cool. Ey. Nö. Cool. Ähm. Aua. Das ist ein Milchschnittes-Style. Mö. 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 Stand die Kamera kurz still. Mö. Ich muss den schlagen. Mö. Der darf so neben mir. Ich kann den Schlagkreuz. Aua. Mö. Das Mikrofon ist kaputt. Junge, da ist mein Mikrofon. Was ist da los? Zögerlich ist es mein Ziel. Ich koste 2000 Euro. Ja klar, deine Oma kostet 2000 Euro. Oh ne. Wo die vom Panzer überfahren wollen. Von unserem, weißt du noch. Neopard 8 Panzer. Von unserem früheren Herrn. Achso, vom Herr Uhe. Oder, äh. Ja, die stellen echt ne Gefahr für Bombenmonster. Ähm. Ich hätte oben noch Schläpps draufbauen müssen. Und jetzt brauche ich nen Scheißblock auf. Ja, nen Scheißblock auf Scheiße. Mach ich packeln hin. Du. Und ich hab doppelt hoch. Ja, ich bin du. Haha. Weil ich so dumm bin. So dumm bin. So dumm wie dumm. Ja. Du bist so dumm wie schon. Dumm. 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 Ich hab ganz Zeit. Juhu. Ich hab bloß, ne. Ich schlafe allein. Ich hab Einzelzimmer. Einzelzelle? Nö. Nur hat nen Internet Security. Was? Bei dir oder was? Bei dir. Kann gar nicht sein. Mein Bildschirm läuft auf Vollscreen. 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 Ich hab voll den Screen, ey. Ey. Ich hab voll den Screen drin. Ich hab voll den Screen drin. Ich hab voll den Screen drin. Was ist da los? Ich hab irgendwelche Probleme mit meinem Ellenbogen. Der hängt in meinem Gesicht. Ach, ich mach. Voll asozial. Asozial. Jetzt kann ich dich fucking wegen dem Neuen sitzen. Weil du nicht gerammt hast. Ja, der ist richtig asozial. Und was ist mit Bsozial? Ja, das bin nur ich, weil ich cool bin. Wo die coolen können, also. Also nicht A, sondern Bsozial sein. Genau. Ja. Voll klar. Ach, Mensch. Ja, mhm. Das ist natürlich steilig. Irgendwie, ich seh grad nix mehr, weil ich so, wie ich das Lied mache, während ich zocke. Du bist Israk. Ich weiß, Israk. Boah. Doch, du wolltest dich in Minecraft vorher Israk nennen. Kannst du mal meine Flasche am Mund halten. Israk Osmar. Wo ist denn deine Flasche? Ich finde die nicht. Hier. So, da, hier. Also los, so ein bisschen drauf rumdrücken und dann einfach nur so vor dein Gesicht halten. So, und jetzt richtig, ja, drausdrücken. So. Danke schön. Sehr hilfreich. Sehr gut, tja. Sehr guter Altenpfleger. Und dich her auf die Zeit. Und nach vorne. Ja, hast du verblendet. Verblendet dich gleich. Du warst bis zur Arbeit. Ja, guck mal hier. Du bist so richtig nice, jetzt zu richtig geil. Du bist so richtig geil. Du musst davon noch drei hinbekommen hast. Du hast drei Holzenbeck. Das ist ein richtiger Gangster. Das ist ein richtiger Gangster. Und ich muss die mir umbauen. Das sieht irgendwie scheiße aus. Guck mal. Ein richtiger Gangster. Ja, ja. Junge, 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 Junge. Ich weiß, du bist auch müde, aber trotzdem laber wieder normal. Ich laber nun mal. Was ist das? Ich muss es hier ummachen. Das sieht kacke aus. Wenn es dann so direkt in deinem Haus geht. Ich komm jetzt grad so ne Hecke hier. Sehr geilig. Super, super, danke schön. Du bist dein Dankeschön. Nicht wert. Auf geht los. Geil, nein, schlag. Ich sag Luge hier auf. So macht es den Griff. Ja. Sie macht es auch richtig. Es geht. Ungerg bl lahm. Die sistema, Kiss-Tisch. Es hat nicht geschafft. Überraschung sind die die im Klater acom ranked hoch ist, Prozent die Klinik ist in der Saison was sie in die Scheiße könnte sein ihr werdet sich er hat hat nach der Qualität von Prozent was auch immer die von Kuhleitzenden bloß nicht verzichtet von Kuri Hartke oder er könnte ich natürlich auch super Profi overall nennen dort hat sich der Armand in Ruhe weil die Verzichten verzichtet ich wollte wie du es gewünscht hat was gewappnet Weg haben ach so doch was vorgeschlagen hast du doch du hast du doch hast du doch hast du doch er hat doch weil es bei einem neuen 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 aber die gelben Blumen sehen auch scheiße aus davor der Bude die reißig voll weg irgendwann um die zwei Geschenke von mir ja und sie sich gesegnet sie geht mit dem so richtig totalen siegten mein Kraft zu gehen man muss der Hannibal mal sagen die muss man bei Cobblestone diese schwarzen Striche außenrum weg machen dir ist auch schon aufgefallen ja weil da sieht ein bisschen bar hindart aus ja manchmal manchmal auch ganz äh dumm eh wie schon der Party ist glaub ich 22 Minuten lang um noch die Läger alle jährigen wenn man hier die zwischen 20 und 15 Minuten dann haben Minuten guter Plan wollen einfach nach Kaffee um die im Saar das auch mal das gewollt er und wo ich mir in den Schiff auch die er macht hier hat sich in Zuber Ja, ich hab ganz viel. Und jetzt hätte ich den Baum durch den Serbring laufen müssen und dann wächst er so gleichzeitig. Ja, so tschick, bumm, ja. Okay, normal. Aua. Speedhack. Brech mir immer's genick. Ja, du läufst so über die Wiese, la 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 la, das Knickbruch. Ja, du bist jetzt weg und dumm Weg, weil die Frauen nicht mehr weg sind. Ja, nur weil du zu schlecht bist, richtig extrem geilen Weg zu machen. Ich muss dann eine Wasserbahn zum Wasserweg, also richtig geil weg. Was? Ne, doch. Richtig. Ja. Sie irgendwie nix. Ich auch nix. Äh, na, hm. Ja, die Fahrer. Oh, das ist deutlich, mein Weg zu Waren und Unterlagen. Gute Idee. Na, du hast ja nicht. Ja, du hast ja nicht weg. Ja, du hast ja nicht weg. So, und die sind nur, greift da hin. Fertig, wo das fertig ist. Aber was auch, das ist doch schön. Aber die zeigen ja nicht. Ach, ne. Da, ha. Ich, ne. Ich, ne, ne. Ich, ne, ne, ne. Ich, ne, ne. Ich, ne, ne. Ich, ne, ne, ne. Ja, ne, ne. auch stimmt es gibt ja drei Jahre Prozent klar wird das die Welt Krupp lange oben Koppelstern Kobli Koppelstern und Stor das passt relativ gut ja das passt perfekt so, solche lehrt ee 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 nee, guck mal die Kiste ist schon fast voll ich muss oben nochmal glaub ich ne Kiste machen so, wir können schon mal auf und bauen nochmal Dörteln Stone kommt dann halt ne andere Reihe ja, gute Idee Schrotschild, das will ich Schrotschild, das will ich na, Schiller haben wir auch nur ein Leben ja, deswegen gilt es ja auch Schrottbild Schrottbild und ich mach mir jetzt nur noch Sticky zwei Schaufeln für den Weg wir sind hier am Kraftwerk von dir ja mach mir jetzt noch ein Sticky wofür ich so zwei eins Sticky brauchen zwei jaja jaja wenn du auch sehr sinnvoll bist ich glaub das mal, ihr habtris ab du mir was am mit was schiczi 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 loop ous